Die ExpoFarm steht dieses Jahr wie viele Branchen eben im Zeichen der Digitalisierung. Es gibt sehr viele Lösungen, die auf den Ständen zu erfahren sind. Wir selbst haben konzeptionell viel dazu beigetragen, eben Besucher auch zu animieren, ganzheitliche Lösungen kennenzulernen mit unseren Digital Guided Tours beispielsweise. Ich kann jeden Besucher nur einladen, sich das anzuschauen. Dieses Format wurde sehr gut angenommen und wir möchten diese passgenauen Formate, um Zielgruppen zusammenzuführen für die ExpoFarm, auch in den nächsten Jahren weiterentwickeln. Das große Ziel ist, zentrale Marktentwicklungen im Gesundheitsmarkt für die ExpoFarm erlebbar zu machen. Für die WEPA ist es eine einmalige Gelegenheit innerhalb von sehr kurzer Zeit, durch alle Produkte zu führen. Wir haben auch unseren Stand so aufgebaut, dass wir es schaffen, in sehr kurzer Zeit alle Produkte zu zeigen. Und das geht nun mal nur auf einer Messe. Von daher sehr wichtig für uns. Ich bin selber Apothekerin und Mama und habe eine Serie entwickelt, speziell für die ganze Familie, Naturprodukte. Und wir produzieren das auch alles selber. Als Apothekerin kennt man die Messe natürlich. Es freut mich, dass ich diesmal sozusagen Ausstellerin bin und meine eigenen Produkte präsentieren kann. An der Messe mag ich eigentlich, dass es eine sehr unbezwungene Atmosphäre hier ist, sehr locker und man kann auch sehr schön mit den Apothekern hier ins Gespräch kommen. Von daher sind wir immer gerne auf der Messe. Der Deutsche Apothekertag und die Expo-Farm sind eigentlich kaum voneinander trennbar. Es ist ein ganz wichtiges Zusammenspiel. Auf dem Deutschen Apothekertag, da werden die Weichen für die politische Zukunft der Apothekerschaft gestellt. Und die wiederum sind die Grundlage für Marktlösungen, die dann auf der Expo-Farm für die Besucher, für die Teilnehmer aus den Apotheken zu erfahren sind. Man muss ganz klar sagen, die Expo-Farm steht natürlich als die wichtigste Messe für Apotheken-Mitarbeiter hauptsächlich im Raum oder Apotheker und PTA. Und von daher steht es gar nicht zur Frage, nicht zu kommen. Also der Stand ist voll. Wir merken, dass Amira doch eine hohe Resonanz herstellt. Letztlich haben wir schon im Vorfeld über 3000 PTAs registrieren können. Die Expo-Farm sollten Sie nicht verpassen. Hier finden Sie alle Innovationen, Trends und haben viele Möglichkeiten zum Networking.